Was war das? Was ist das? Von Harry. Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Ich erwarte dich beim Morgengrauen. Ich sitze auf der alten Bank im Red Roses Park. Rechnung? Bank? Ach ja, ich habe auch noch eine Rechnung offen. Aber nicht mit dir. Und die lässt sich ganz einfach begleichen. Mit dem Online-Banking der Sparkasse Bremen. Geheimcode eingeben. Und schon bin ich drin. Aber die Übergabe soll ja erst in einer Woche stattfinden. Noch schnell einen Informanten um Hilfe fragen. Wie funktioniert eine Terminüberweisung? Ganz einfach. Auf Terminüberweisung klicken und das gewünschte Datum eingeben. Mission erfüllt. Und dafür musste ich nicht mal das Haus verlassen, Harry. Online-Banking bei der Sparkasse Bremen. Einfach. Sicher. Bequem.